Vielleicht sollte man dazu sagen, überall in Deutschland wurde die Befreiung von Napoleon gefeiert als großer nationaler Sieg. Rheinhessen kam damals zu, also die Gegend hier kam damals zu Darmstadt und der Herzog von Darmstadt war damals nicht wirklich ein toller Herrscher. Die Errungenschaften der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, galten auf einmal nicht mehr. Das führte dazu, dass in Rheinhessen auch einige Leute der französischen Herrschaft nachfrauerten und sich diese Werte wünschten, auch weiterhin leben zu können. Davon handelt dieses Lied. Im düsteren Gefängnis-Tor, da hört dich ein Mädchen rufen. Hanges, sie nahmen dich mehr weg, weil du für die Freiheit warst, eine bessere Zukunft willst. Jetzt ist es einsam auf den Feldern von Lomz am Räu. Lola, die Felder von Lomz am Räu, Lola, die Felder von Lomz am Räu. 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 An einem düstren Gefängnis-Tor, da hört dich den Burschen rufen. Lola, die Felder von Lomz am Räu. versäumt. Meinen Kampf und meine Rebellion gegen Hunger, Armut und die Kron war uns unsch, denn sie kerkerten mich heu. Lollei die Fäder von Mars am Räu. Wo wir eins gemeinsam blüht mich vor. Und längst an vormärm der Reu und verbringt der die Deu. Denn im Weg zum Reu, der sterbende mich geu. Die Leute hier am Räu waren zu alle Zeiten. Zweite. So wie sie heute noch sind, klar in ihrer Art. Freiheit, Gleichheit und Rührlichkeit, die Werte jener Zeit zählen noch immer in unserer Gegend, links vom Reu. Zählen noch immer die Menschen hier, die Menschen hier am Räu. lebt. die Menschen hier am Räu. Dann schrien dir die Menschen hier am Räu. die Menschen hier am Räu. Die Menschen hier am Räu. Die Menschen hier am Räu.